In den heutigen Vivi-News gibt es auf jeden Fall die Details für die nächsten Comic-Drops, die wir auch wie wir sehen werden. Unter anderem habe ich auf jeden Fall auch die Drop-Details dabei für den kommenden Thanos-Handschuh. Unter anderem haben wir noch einen Air-Drop für ganz bestimmte Collectible-Halter. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-Videos, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer spannenden Video, mit dabei mit sehr, sehr vielen interessanten Infos. Deswegen würde ich sagen, wenn dir mein Kanal gefällt, dann abonnieren auf jeden Fall sehr gerne und aktiviere die Glocke. Ganz wichtig, dass du kein Video verpasst und jetzt sehr viel Spaß mit dem gesamten Video. Starten tun wir an dieser Stelle erstmal mit dem nächsten Comic-Drop und das Ganze wird Guardians of the Galaxy Hashtag einset. Und das Ganze natürlich wieder mit exklusiven Rare, wieder auch Ultra-Covern. Das Ganze wird am zweiten Mal, das heißt am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit, droppen. Und wir werden hier außerdem die First Appearance auf Star-Lord's Guardians of the Galaxy Team sehen. Also im Prinzip einmal hier alle auf diesem Cover. Das sind übrigens außerdem hier die Cover, die wir sehen werden. Die Drop-Details sind auch an dieser Stelle nicht wirklich interessant. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier eine 9.8-Geraden war für 400 Dollar. Ist halt einfach nicht wirklich viel. Auch wenn wir hier eine relativ große Stückanzahl von Gradings haben, ist das Ganze tatsächlich meiner Meinung nach an dieser Stelle relativ uninteressant. Eher wahrscheinlich ein Comic für Leute, die das wirklich lesen wollen, die sich das dann im Shop kaufen können. Und als nächstes geht es auch direkt weiter, nämlich mit dem nächsten Comic-Drop. Und der wird nämlich schon am Mittwoch dann um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Dauerweise bin ich hier Marvel Preview Hashtag 4 aus dem Jahre 1975. Und wir sehen hier die First Appearance auf Peter Krill bzw. Star-Lord. Das Ganze wird hier wie gesagt auch wieder mit Exklusion, Rare und auch Alt-Rare-Covern kommen. Das sind einmal die Cover, die wir sehen werden. Ich persönlich finde die auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool. Schreib du mir auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare, ob du das gesamte Comic hier mitnimmst oder nicht. Und ich würde sagen, im Abschluss schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Go-Collect-Daten an. Denn die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls im Vergleich zu dem anderen Comic. Eine 9.8 hier schon für 2500 Dollar. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben ja auch eine relativ hohe Grading-Stückzahl. Dementsprechend ist das preislich auf jeden Fall in Ordnung. Überdurchschnittlich ist es aber trotzdem an dieser Stelle nicht. Ich persönlich wäre das aber definitiv, weil ich einfach die Cover sehr, sehr schön finde. Und wenn man sich hier auch nochmal die Rare wie auch Alt-Rare-Cover anschaut. Ja, die sehen halt einfach richtig, richtig cool aus. Als nächstes kommen wir zum Infinity Gauntlet. Beziehungsweise unter anderem hier zu den Infinity-Ständen. Und als allererstes auch mal erst zum Seelen-Ständen. Denn hier werden wir das erste Mal das Craften so richtig erleben und auch richtig in der App durchführen können. Und das würde ich sagen, schauen wir uns auch an dieser Stelle direkt an. Und hier gibt es eine sehr, sehr coole Funktion, die ich persönlich sehr begrüße. Das ist aber auf jeden Fall erstmal hier der Seelen-Stein. Und das ganze Craften wird hier am 6. Mai um 17.00 Uhr deutscher Zeit starten. Und wird insgesamt 20.000 Editions haben. Unter anderem wird es eine Common sein und natürlich auch eine First Edition. Das Ganze wird an dieser Stelle so ablaufen, dass man an dieser Stelle ein Collectible burnen muss. Und zwar nämlich von Marvel. Unter anderem könnt ihr hier zum Beispiel Throg. Ihr könnt hier den Holiday Groot. Ihr könnt aber auch ein Thor, ein Silver Surfer, ein Daredevil. Alles davon könnt ihr burnen. Und dagegen wird dann sozusagen euch ein Seelen-Stein gegeben. Ihr könnt euch hier das Ganze auch nochmal anschauen. An dieser Stelle muss man dann hier auf den Seelen-Stein drauf. Dann kann man hier unten auf Item to Craft. Dann muss man eins auswählen. Zum Beispiel hier die Elektra. Dann kann man das Ganze wirklich sehr, sehr einfach burnen. Und erhält dann hier auch den Seelen-Stein. Der dann wiederum sehr wichtig wird für den Thanos-Handschuh. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Als nächstes haben wir hier dann den Infinity Gauntlet. Beziehungsweise halt den Handschuh für die Infinity-Steine. Der Ganze wird hier an dieser Stelle am 13. Mai um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Ich werde euch natürlich auch nochmal zu diesem ganzen Drop hier erinnern. Sobald es ein bisschen näher dran ist. Aber das sind auf jeden Fall erstmal die Drop-Details hier am 13. Mai um 17.00 Uhr deutscher Zeit mit 40 Gems Listenpreis. Das Ganze wird aus dem Edition-Zahl von 6.305 Stück haben. Außerdem eine Rare-Sein und eine First Edition-Sein. Das Ganze wird es dann auch hier einmal noch mit einer animierten Version mit Sound geben. Das Ganze wird eine Secret Jail sein. Und hier könnt ihr sozusagen das Craften auch wieder mitmachen. Und zwar braucht ihr hier nämlich das Power Orb, den Tesseract, das Zepter, den Äther und das Eye of Agamotto. An dieser Stelle ist es unrelevant, welche Rarität ihr vom Eye of Agamotto habt. Das Wichtige ist, dass ihr überhaupt eins habt. Für die Leute, die die Secret Jail haben, ist es aber trotzdem nicht uninteressant. Denn ihr könnt die Secret Jail nutzen, um hier einen extra Air-Drop zu bekommen. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde als Idee. Als nächstes haben wir dann den Thanos. Und den wird es geben für all die Leute, die alle sechs Infinity-Steine haben. Und sozusagen hier mit dem Handschuh kombiniert haben. Dann wird man hier diesen Thanos bekommen. Das Ganze wird eine Ultra sein. Und das Ganze wird eine maximale Edition-Zahl von 3.800 Stück haben. Außer natürlich eine Ultra sein und auch eine First Appearance. Und jetzt kommen wir zu dem Besonderen. Und zwar wird es noch einen Bonus-Air-Drop geben. Und das wird für die Leute sein, die unter anderem den Secret Jail Eye of Agamotto haben. Die werden nämlich dann hier dieses Collectable bekommen. Das Ganze wird maximal eine Edition-Zahl von 2.110 Stück haben. Das Ganze wird natürlich aber auch an dieser Stelle eine First Appearance sein. Die beiden Air-Drops bekommt ihr außerdem, wenn ihr vor dem 10. Juni hier alle sechs Steine, wie auch hier an dieser Stelle, den Handschuh zusammengecraftet habt. Dann werdet ihr unter anderem hier einen dieser Air-Drop bekommen. Je nachdem, natürlich ob ihr ein Eye of Agamotto mit einer Secret Jail Eye of Agamotto oder nicht. Schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr von dieser Aktion haltet. Ich persönlich feiere das auf jeden Fall sehr mit dem Craft. Das Konzept gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier auch noch in Zukunft mit diesem Konzept alles sehen werden. Als nächstes habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch mit da draußen. Und zwar gibt es nämlich auf Netflix eine wirklich sehr, sehr coole Serie, meiner Meinung nach jedenfalls. Und zwar ist es nämlich King of Collecting, The Golden Touch. Und das ist wirklich meiner Meinung nach eine sehr interessante Serie, wo es im Prinzip um ein Aktionshaus geht, wo sehr, sehr viele Sammlerstücke, sehr hochpreisige Sammlerstücke verkauft werden. Sehr, sehr interessant für jeden, der auf jeden Fall wirklich sammelt. Und an dieser Stelle muss ich dann auch schon wieder sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen. Metagonamt einen schönen 1. Mai. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, der Captain. Ciao, ciao.